Hallo Leute, Takeo hier, weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir eine sehr coole Assassinen-Sidequest abgeschlossen und damit auch nochmal für die Sicherheit von Hrefnathop gesorgt. Und jetzt sind wir glaube ich am Ende unserer langen Reise angekommen und wahrscheinlich auch bei der letzten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Denn wenn wir hier einmal gucken, haben wir nur noch eine Sidequest und die besagt, dass Eivor am Ende angekommen ist und jetzt über Hrefnathop nachdenken muss. Das heißt, wir schauen mal, dass wir nach Hrefnathop reisen und gucken uns das Ende von Assassin's Creed Valhalla an. Ich weiß, dass Ubisoft in letzter Zeit nicht so viele gute Enden geschrieben hat und auch hier in Assassin's Creed Valhalla gibt es einfach so viele Storystränge, die sie irgendwie gesponnen haben, wie die Nornir, die glaube ich auch nicht wirklich gut zusammengeführt werden können, zumindest nicht in einem kohärenten Ende. Und von dem her schauen wir jetzt einfach mal, was das Ende für uns bereithält. Ich bin dennoch sehr, sehr zufrieden, dass wir das ganze Spiel so gemeinsam erlebt haben. Und jetzt würde ich sagen, denken wir ein bisschen über Hrefnathop nach. Hrefnathop nach. Eivor, ich bin noch immer bei dir, Weile am Rand deiner Erinnerung. Du hast den Odin in dir gezähmt, doch ich bin nicht verschwunden. Ich bin immer bei dir, verankert in deinem Huger. Wirst du mich bis zu deinem Ende im Dunkeln halten, dich dieser Seite von dir für immer verschließen? Oder könntest du von mir lernen, um die Welt besser zu verstehen, die war die Welt, die ich hinter mir ließ. Aber nicht hier, nicht unter den Augen jener, die nicht verstünden, was du bist, wer wir sind. Hast du nicht alles für die Deinen getan, was du vermagst? Verabschiede dich, um zu fernen Ufern aufzubrechen, zu neuen Abenteuern. Faszinierend. Eivor setzt sich auf eine mir unbekannte Weise mit Odins Erinnerungen auseinander. Mein Kampf mit Loki war intensiv, aber kurz. Und er endete mit einem, einem gegenseitigen Verständnis davon, wer wir sind. Hm, wohin wird dieser neue Konflikt dich wohl führen? Ich denke, das verlangt nach etwas Animus-Magie. Suche nach zukünftigen Erinnerungen, gefiltert nach emotionaler Intensität, Trauer, Sehnsucht, Kummer. Na bitte, ein paar Bilder aus der Zukunft. Mal sehen, wohin Eivor uns führt. Es gibt auch neue Quests. Moment. Oh mein Gott. Wie cool. Wir können uns nochmal überall verabschieden. Und das hier ist dann wohl der Anfang, hier in Revner Torp. Sagelebwohl zu heitern. Schöne Aussicht gehabt. Die Erinnerungssplitter sind im Inventar zu finden und diesen hier müssen wir dann nahe vom Bruderschaftshaus benutzen. Dann machen wir das doch. Und was war das jetzt? Also wir hatten diesmal wirklich Odin gehabt. Also nicht irgendwie Harvey, der sich irgendwie als Wanderer ausgibt, um seine Identität zu verschlüsseln. Und Eivor ist dann ein weiblicher Charakter. Wir spielen hier die ganze Zeit nur eine Vision, eine Illusion von Eivor. Habe ich das richtig verstanden? Wie cool ist das denn? Hier ist ein weiteres Erinnerungsfragment. Da drüben. Das Fragment ist nah. Ich kann es spüren. Hm. Hm. Drehen wir die Zeit mal etwas vor. Eivor! Hast du gut über mein Angebot nachgedacht? Nein, Heiter. Das habe ich nicht. Dann frage ich morgen erneut. Wie kann sich ein so großes Herz in einem so bescheidenen Mann verstecken? Wie meinst du das? Du arbeitest unermüdlich für Fremde. Kämpfst nicht für dich oder dein Volk, sondern für die ganze Welt. Das erfordert Mitgefühl in einem Ausmaß, wie ich es sonst nie sah. Ah. Hab Dank. Sorgst du dich nicht um deine eigene Familie? Oder um deinen Clan zu Hause? Wie kommt es, dass du keine Wurzeln hast? Ich habe einen Clan, wie du es nennst, aber keine Familie. Ich wurde recht jung zur Weise. Möglich, dass es dieser Verlust war, der mich zu den Verborgenen trieb. Sie haben mich in jedem Fall wie einen Sohn behandelt. Auch ich verlor meine Familie. Doch ich fand eine neue. Den Raben-Clan. Ich verdanke ihnen mein Leben und würde es für sie geben. Ich verspüre dieselbe Dankbarkeit, jedoch umfassender. Weißt du, jeder kann sich den Verborgenen anschließen. Daher verdient auch jeder unsere Liebe. Ich bewundere euer Streben. Doch fehlt es mir an Zielstrebigkeit, um euer Credo voranzubringen. Mein Geist liegt oft im Zwiespalt zwischen dem Jetzt und der fernen Vergangenheit. Und es wird einige Zeit dauern, den Grund zu verstehen. Ah, ist es soweit. Bitte verzeih, Eivor. Unsere Ausbildung folgt einem strengen Zeitplan. Natürlich, macht nur. Und viel Erfolg mit denen. Sie sind ein wilder Haufen. Hallo. Stimmt, ich vergesse die ganze Zeit, dass Basim hier im Animus drin ist. Und das hier alles sieht und steuern kann. Aber da wird anscheinend die nächste Generation von Wikinger-Assassinen ausgebildet. Das ist ja doch richtig schön. Okay, spannend. Das heißt, jetzt auch noch zu König Alfred nach Westsechse. Aha. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich irgendwo hier unten in Winchester sein. Genau, das steht auch in der Hauptstadt von Westsechse. Das heißt, wir reisen einmal hier zum Münster zurück. Dann springen wir doch einmal dort in den Heuhaufen. Das ist auch schon. Das Erinnerungsfragment kann nicht weit sein. Richtiger Ort. Falsche Zeit. Werter König. Ah, Eivor. Sei mir willkommen. Wie ist es, zu Hause zu sein? Nicht so sorgenfrei, wie du es dir vorstellen magst. Es ist viele Jahre her, dass ich meinen Thron zurückforderte. Aber ich habe ihn nie als selbstverständlich erachtet. Nicht, seit ich im Sumpfland war. Seitdem war ich ständig beschäftigt. Gudrum und ich nähern uns in winzigen Schritten einer Einigung. Ein Vertrag steht kurz bevor. Hast du mich deshalb gerufen, um eine Einigung zu finden? Das erhoffe ich mir. Du gehörst zu den Anführern von Mercia. Dich zum Freund zu haben, würde ganz Englerland zum Vorteil gereichen. Was hältst du von einem Vertrag, Eivor, der dir die Herrschaft über alle Lande nordöstlich deiner Siedlung zuspricht? Im Austausch wofür? Für deine Treue. Nicht zu mir, sondern Christus. Und dem Orden, den ich in seinem Namen versammelt habe. Ich weiß, dein Angebot zu schätzen und das Vertrauen, das du in mich setzt. Hier ist also meine Antwort. Du gabst mir dies vor vielen Jahren. Ein schönes Stück. Doch hat es mehr Gewicht in meiner Tasche denn in meinem Herzen. Du lehnst also ab? Sei unbesorgt. Dies ist kein neues Kapitel in unserem Zwist. Ich gehe fort, breche zu fernen Ufern auf. Du wirst keinen Ärger mehr mit mir haben. Du suchst nach neuen Kriegen? Neuen Ländern zum Erobern? Ich suche mich selbst. Ah, das ist das schwierigste Ziel von allen. Ich wünsche dir alles Gute. Gott sei auf deiner Reise mit dir. Ich bin gerade etwas voll mit Göttern. Werner muss vielleicht ein anderes Schiff nehmen. Dieses farbenfrohe Outfit von Evo ist wahrscheinlich die letzte göttliche Stufe vom Raben-Clan-Outfit. Ich finde, das sieht ein bisschen protzig aus und mit den Farben nicht ganz so passend. Aber dann symbolisch ist das doch schon irgendwie ein tolles Merkmal, das sie sich hier für die Zwischensequenzen ausgedacht haben. Und jetzt geht es zu Äthelstar nach East England. In einer Stadt nahe dem Wenzum. Also in Elmenham scheint er nicht zu sein, aber der Fluss Wenzum geht auch noch weiter, ein bisschen runter nach Norwig. Von dem her könnte er sich auch in Norwig befinden. Also schauen wir hier einmal nach. Überblicke das Land, Freundin. Ja, irgendwo dort drüben. Perfekt. Klettern wir hier mal vorsichtig runter. Ich glaube nämlich, dass der Heuballen in der falschen Richtung war. Ah, da oben auf dem Langhaus. Oh Mann, war sie ihm, ey. Na also. Der aufgehenden Sonne zugewandt. Gut. Die Gerüchte sind also wahr. Der große Eroberer wurde selbst erobert. Eivor, wie viele Sommer ist es her? Viel zu viele, mein Freund. Was beluste ich dich? Ich erkenne dich kaum wieder. Ist dies der Gudrum, den ich zurückließ, oder ein anderer, sanfterer Mann? Den Gudrum, den du kanntest, gibt es tatsächlich nicht mehr. Etelstan nennt man mich jetzt. Das ist mein Christenname. Dein Christenname? Neues Leben, neuer Name. Auf Kosten von allem, was du hattest. Ach, ich habe nicht so viel verloren, wie du glauben magst. König Elfried und ich haben Frieden geschlossen. Ihm gehört jetzt Westmercia und Estengla mir. Wir besprechen nun das Schicksal Ostmercias und des Nordens. Ha, die Dänen sind hier, um zu bleiben. Und Kirstus ist ihr Jahr. Er ist ein mächtiger Gott. In seinem Opfer verbergen sich die größten Gaben. Vergebung, Hoffnung, Liebe. Willst du dir seine Botschaft nicht selbst einmal anhören? Ich habe keine Zeit für neue Götter. Ich verlasse Englerland und kam nur her, um mich zu verabschieden. Kehrst du ins Land deines Vaters zurück? Woanders hin. Zu unerforschten Orten. In das Unbekannte. Ah, ein Abenteuer, das Odins würdig ist. Mir ist aufgefallen, dass du seine Liebe für Entdeckungen und neues Wissen teilst. Teilen ist nicht ganz das richtige Wort. Dann komm! Wir müssen trinken und Geschichten erzählen, bevor du gehst. Wenn es die Letzten sein könnten, müssen es die Besten sein. Das ist alles so schön gemacht. Und dann haben wir noch die letzte Quest. Leb wohl, König Schönhaar. Also zurück nach Nordwege, wo alles angefangen hat. Und da sind wir auch schon in Alrex Stadia. Das hier war ja der Sitz von König Harald Schönhaar. Von dem her gehe ich mal davon aus, dass wir ihn in seinem Langhaus antreffen werden. Das heißt, wir können hier nochmal schön durch den knirschenden Schnee stapfen und von hier, glaube ich, hochklettern. Ja, doch. Ich vermisse es jetzt schon. Die ganzen Gebiete und die Charaktere. Und wo hat es sich versteckt? Direkt am Eingang. Ich komme näher. Nur noch ein bisschen weiter. Der junge Harald hat sich in unserer Abwesenheit durchaus einen Namen gemacht. Ja, zwölf oder dreizehn Jahre sind es hier. Sieh gut, Eivor. Was für eine Freude. Kommt! Ich hörte von eurem Besuch, aber so bald hätte ich euch nicht erwartet. Starke Männer drängen sich um eine Karte, ihre Augen so hungrig wie ihre Bäuche. Alles genau wie früher. Ja, mein halbes Leben habe ich besorgt auf hastig gezeichnete Karten gestarrt. Doch dies ist kein Land, das wir erobern wollen, sondern eines, das Hilfe braucht. Island? Ja. Unser Freund Ingolf ließ uns wissen, dass eine neue Siedlung in Gefahr ist. Kalte Winter und eine schwelende Blutfede. Ich habe ihm Vorräte und Männer zugesichert. Genug, um Frieden zu bringen und den Winter zu überstehen. Eivor, möglicherweise ist es ein Segen von Thor selbst, der dich ausgerechnet heute hierher geführt hat. Würden dein Bruder und du dieses Unterfangen für mich leiten? Ich kann mir für diese Aufgabe niemand Besseres vorstellen. Eivor, das ist Schicksal. Ich sehne mich nach solch einem Abenteuer. Sag mir, was du denkst. Lässt sich dein Herz für eine weitere Reise entfachen? Ich bin dankbar für das Angebot, aber ich bin nicht hier, um ausgetretene Wege zu beschreiten. Ich bin hier, mich zu verabschieden. Ein für allemal. Ein für allemal? Willst du Englerland auch verlassen? So ist es. Gen Westen. Nur mit mir als Begleitung in Lande, die sich auf keiner Karte finden. Zu welchem Zweck? Das weiß ich erst, wenn ich angekommen bin. Lasst uns nicht davon reden. Heute möchte ich Zeit in Gesellschaft derer verbringen, die ich liebe. Und Geschichten von früher erzählen. Wie viel früher? Sehr, sehr viel früher. Verstehst du? Anke, schick die Leute weg und bring Meht und Gebratenen Finnwahl für drei. Also, wo fange ich an? Und damit ist auch diese Quest abgeschlossen und eine neue haben wir bekommen. Lebt wohl, meine Raben. Und hierfür müssen wir auch wieder zurück nach Revnatorb. Und hier ist es. Ah, da wären wir. Eine letzte zukünftige Erinnerung. Wirst du nicht auf den Morgen warten? Ich muss zum Ende der Woche in London sein. Dort erwartet mich eine Besatzung. Nicht einmal ein Abschied? Alle wissen, dass ich gehe. Aber nicht wann. Weiß Randvi, dass es heute Nacht so weit ist? Ja. Wir haben uns verabschiedet. Ich wünschte, ich könnte all das verstehen, Eivor. Erinnerst du dich an meine ersten Vision? Bevor wir nach England gingen? Odin und Sigurd. Der Wolf. Die Nornir. Ja. Sie sagten so vieles vorher, das in Erfüllung ging. Das waren keine Weissagungen, Volker. Sondern Erinnerungen. Meine. Oder nicht meine. Sie wurden mir geliehen. Von einem, der in mir lebt. Einem zweiten Huger. Kannst du das verstehen? Ich... Ich wünschte, ich könnte es. Lange dachte ich, es gäbe nur zwei Möglichkeiten für mich. Mich diesen bösartigen Erinnerungen hingeben oder sie vollständig ablehnen. Doch nun sehe ich eine dritte Wahl. Und je älter ich werde, desto mehr spricht sie mich über. Ich will von ihnen lernen. Aber ich weiß nicht, wohin dieser Weg mich führen wird. Noch was er womöglich entfesselt. Deshalb möchte ich vorerst allein sein. Ich verstehe. Danke für dein Vertrauen, Evo. Komm in meine Arme, Volker. Lebe wohl, Evo Wolfsmal. Möge Odin dich lenken. Diesmal nicht. Diesmal werde ich ihn lenken. Bassem, richtig? William Miles. Ich wollte Sie persönlich treffen. Von Angesicht zu Angesicht, sagten Sie. Hier bin ich also. Im Geiste, sozusagen. So nah und doch so fern. Ein cleverer Trick. Ihr Trick war aber auch nicht schlecht. Auferstehung, Ruheschlaf, viele Jahre der Vorbereitung, vermute ich. Hier und da musste ich etwas improvisieren. Sie haben die letzten tausend Jahre viel Zeit in einer Simulation verbracht. Warum waren Sie so erpicht auf eine weitere? Einfach nur aus Neugier. Es war so lange her, dass ich Evo gesehen hatte. Und ich wollte wissen, wie diese große Saga endet. Nun wissen Sie es. Und was kommt jetzt? Wohin wird Bassem gehen? Soweit ich kann, William. Wie befürchtet. Unnötig. Ich schätze das Credo, das uns leitet. Das habe ich immer. Doch ihr seid wie Kleinkinder im Vergleich zu jenen, die ich hinter mir ließ. Ich muss euch etwas auf Vordermann bringen. Also, fangen wir an. Warten Sie. Wenn wir zusammenarbeiten sollen, brauche ich zuerst etwas. Und das wäre? я und wir wollen es. Und das wäre es... Wohin ist es? Passendes genetisches Material erhalten. Extraktion genetischer Erinnerungen gestartet. Geschätzte Sequenzierungsdauer 29 Tage, 3 Stunden, 4 Minuten. Machen Sie sich auf etwas gefasst, Mr. Miles. Das ist alles so seltsam. Und was ist mit Ragnarok? Der Götterdämmerung. Sind die Geschichten wahr? Gewissermaßen. Das große Unheil geschah, wie es eure Legenden berichten. Es gab Erdbeben und Stürme, Kriege und Hungersnöte. Mein Volk starb aus. Doch deines gedieh. Aber du sagst, es gab keine Götter, wie wir sie kennen. Welche Naturgewalt könnte also solch einen Umbruch auslösen? Wie erkläre ich das? Sagt dir der Begriff Sonneneruption etwas? Ich glaube nicht. Das zu beschreiben könnte etwas dauern. Das ist kein Problem. Zeit ist alles, was uns bleibt, Allvater. Und damit sind wir am Ende von Assassin's Creed Valhalla angekommen. Sehr, sehr interessant. Ja, was kann ich so als Fazit zu Assassin's Creed Valhalla sagen? Also es war ja wirklich jetzt ein unglaublich langes Abenteuer. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugeschaut habt. Und gerade besonders Dankeschön auch für alle Kommentare, die geschrieben wurden. Ich muss sagen, mir hat das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Also das Hauptspiel war top. Das hat man ja auch sicher gemerkt, wie ich während dem Spielen auch davon geschwärmt habe. Eivor als Charakter war mega cool. Ich fand einfach seine Ansichten, wie er Dinge gesehen hat, sehr, sehr toll. Seine Rhetorik war unglaublich. Und auch seine Weisheit. Also da kann man sich sicher viel von abschneiden. Und die Geschichte von Eivor, die halt so Parallelen hatte zur nordischen Mythologie und wie das Ganze hier aufgezogen wurde, auch mit diesen Visionen und den Abenteuern in der nordischen Mythologie. Das war einfach unglaublich gut. Und die ganzen kleinen Geschichten in den Shears von England und die Charaktere, die man getroffen hat. Also da habe ich wirklich einfach nichts dran auszusetzen. Das Einzige, was mir dann wirklich weniger gut an Assassin's Creed Valhalla gefallen hat, waren dann halt diese ganzen Live-Service-Updates oder irgendwelche Spielmodi, wo man diverse Währungen farmen musste, wie jetzt zum Beispiel die Flussraubzüge oder die Arena der Valkyria. Jetzt das Ende mit der vergessenen Saga in Niflheim. Das fand ich noch ganz cool. Dieser Spielmodus war wenigstens noch abwechslungsreich und hat sehr viel Spaß gemacht. Aber in meinen Augen hätte ein kürzeres Spiel durchaus auch gereicht. Und die DLCs hätte es in meinen Augen auch nicht wirklich gebraucht, weil sie gefühlt nicht wirklich irgendwas zu der Story beigetragen haben. Das waren halt irgendwie eigenständige, größere Geschichten, aber doch in irgendeiner Form ziemlich gekapselt, sodass die keinen Impact irgendwie auf Eivor hatten. Da haben mir die kostenlosen Updates wesentlich besser gefallen, rund um Cassandra zum Beispiel. Und ja, das ist so ziemlich alles, was ich zu Assassin's Creed Valhalla sagen kann. Das Ende hier, was wir jetzt alles erlebt haben, hat mir auch sehr gut gefallen. Es war sehr schön inszeniert, wobei ich auch finde, das richtige Ende und der richtige Knall hat so ein bisschen gefehlt, dadurch, dass es jetzt halt so offen war, wie es jetzt mit Eivor weitergeht. Und ich gehe mal davon aus, dass ich Assassin's Creed Mirage nicht spielen werde. Das ist ja der nächste Teil in der Reihe, der jetzt kommt. Und da geht es ja dann um die Hintergrundgeschichte zu Basim. Da interessiert mich einfach Basim als Charakter nicht so sehr. Wenn ich dann wieder irgendwann mal Lust verspüre, Assassin's Creed zu spielen, glaube ich, dass ich, wenn dann, mich Assassin's Creed Odyssey einmal widmen werde oder vielleicht sogar den ersten Teil und die Ezio-Triologie, weil ich die einfach sehr, sehr gut finde. Und ansonsten würde ich sagen, nehmen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Abstand zu den Ubisoft-Spielen und schauen mal, dass sie da halt auch noch ein bisschen weiter an der Qualität schrauben. Wobei, wie gesagt, Assassin's Creed Valhalla, das Grundspiel, ist sicher eines von meinen Top 10 Games of All Time aktuell. Und da kann man nur sagen, hat Ubisoft ja in irgendeiner Form dann auch was richtig gemacht. Von dem her vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.